Das folgende Video soll Ihnen erklären, wie Sie im Rahmen des Waldfonds einen Antrag zur Maßnahme M3, Entschädigung von durch Borkenkäferschäden erfolgten Wertverlust, stellen können. Die Antragstellung erfolgt durch die Bewirtschaftlerin ausschließlich online bei www.eama.at. Nachdem Sie sich mit Ihrer Klientennummer samt PIN bei www.eama.at angemeldet haben, klicken Sie auf den Reiter LE-Projekte. Danach klicken Sie auf Erfassung Förderungsantrag. Klicken Sie auf Waldfondsantrag anlegen. Nun erscheint ein angelegter Antrag zur Maßnahme M3. Wählen Sie Bearbeiten. Als erstes müssen Sie die drei Häkchen setzen. Damit erklären Sie, dass Sie die Richtlinie, die Ausfüllhilfe und das Merkblatt gelesen haben, Sie alle Angaben mit bestem Wissen gemacht und die Verpflichtungserklärung als Bestandteil des Vertrages als verbindlich zur Kenntnis genommen haben, Sie die Einwilligung zur Datenabfrage erteilen. Unter Einlagezahlen klicken Sie auf Zeile hinzufügen. Geben Sie die erste Einlagezahl Ihrer Grundstücke an. Wählen Sie nun die dazugehörige Katastralgemeinde. Klicken Sie auf Speichern. Unter Grundstücke klicken Sie auf Zeile hinzufügen. Tragen Sie nun für das erste Grundstück die Grundstücksnummer und die Unternummer ein. Bei Punkt Bauparzelle wählen Sie J für Ja oder N für Nein aus. Geben Sie eine geschätzte Schadfläche für das Grundstück in Hektar an. Mit der optionalen Grundstücksauswahl können Sie sich eine Liste der möglichen Grundstücke anzeigen lassen und die entsprechenden auswählen. Sie müssen nur noch eine geschätzte Schadfläche für das jeweilige Grundstück in Hektar angeben. Klicken Sie auf Speichern. Sollte Ihnen ein Fehler unterlaufen sein, können Sie den Eintrag wieder löschen. Fahren Sie nun mit dem nächsten Grundstück fort, indem Sie auf Zeile hinzufügen klicken. Wenn alle Grundstücke eingegeben sind, überprüfen Sie bitte noch einmal die Richtigkeit Ihrer Angaben. Die Einlagezahlen und Grundstücksnummern müssen korrekt eingegeben sein, da sonst Ihr Antrag nicht sofort bearbeitet werden kann. Die Angabe bei der Schadfläche ist nur eine Schätzung und dient nur dazu, dass der Antrag einfacher bearbeitet werden kann. Um Beilagen wie Pachtverträge hochzuladen, klicken Sie auf Beilagen. Wählen Sie die Art der Beilage und wählen Sie die Datei aus. Dann klicken Sie auf Datei hochladen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob alle Angaben korrekt sind oder wenn es noch Unklarheiten gibt und Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte, bevor Sie den Antrag absenden, an die Hotline des BfW und gehen Sie noch einmal die FAQs auf der Homepage des BfW durch. Sind alle Eingaben korrekt, klicken Sie auf Absenden. Sind alle Eingaben korrekt, klicken Sie auf der Homepage des BfW und gehen Sie auf der Homepage des BfW und gehen Sie auf der Homepage des BfW und gehen Sie auf der Homepage des BfW. Sind alle Eingaben korrekt, klicken Sie auf der Homepage des BfW. Sind alle Eingaben korrekt, klicken Sie auf der Homepage des BfW. Sind alle Eingaben korrekt, klicken Sie auf der Homepage des BfW. Sind alle Eingaben korrekt, klicken Sie auf der Homepage des BfW. Sind alle Eingaben korrekt, klicken Sie auf der Homepage des BfW. Sind alle Eingaben korrekt, klicken Sie auf der Homepage des BfW.